Was ist das? Also ein Ei, aber wieso leuchtet das so? Okay, einfach so. Okay, na dann. Jetzt gehen wir zum Strahl. Oh, lauf. Wir sind ja fast da. Das ging doch ganz schnell. Was war denn mein Problem? Hm. Ich würde halt eigentlich gerne ein bisschen weiter noch kommen. Warum kämpfen wir? Mach was du willst. Hey, ich habe nichts damit zu tun. Oh, was haben die denn jetzt schon wieder? Okay. Leukas reicht jetzt. Hör auf zu kämpfen. Wirklich schlimm hier. Immer muss man da intervenieren. Oh, Lampers. Was ist das da oben? Sind Elefanten, oder nicht? Okay. Alles einsammeln. Und jetzt, also ich weiß, das ist jetzt vielleicht doof, aber guck mal, da unten war sowas Hübsches. Nur kurz. Oh, verdammt. Ach ja, danke. Ja, jetzt habe ich ja Essen zum Essen. Also. Ihr dürft alle ein bisschen was essen. Haben wir überhaupt noch irgendwas? Zuckerwatte. Die Wulipops droppen Zuckerwatte. Die sind ja wirklich zuckersüß. So, die Nossom. Äh, nee, Relaxaurus meine ich. Was? Ein Roselian, schön. Oh Gott. Okay. Yo. Ey, wilderer Flammenwerfer. Du bist echt ein Kackratzen. Wo ist mein Bogen? Ob ich den schlachten kann? Was sagt ihr? Ja. 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 ich hätte vielleicht doch also kurz das also schnellreise ding freischalten sollen wäre vielleicht sinnvoller gewesen aber hey wer mag schon sinnvoll wenigstens ist jetzt hell okay ja kein problem das ist ja alles easy welcher weg ist es der hier richtig der da nein der da oder ist das hübsche bond cherry haben silberschlüssel können mich alle mal was macht ihr mit floppy wer ist floppy ich kenne floppy nicht mal oh gott war floppy süß ihr penner okay let's go ich weiß nicht vielleicht fand ich unseren ort am anfang doch am besten aber gut das mache ich nur weil ich gesehen habe wie viele kiss nicht einfach also liegen lassen habe das wegen ja das ist eigentlich voll smart ich laufe bis die ausdauer weg ist und dann mache ich ach dann kann ich das auch nicht okay dann darf ich nicht ganz weg aber hier mache ich sowieso erstmal kletti betti ich habe ich jetzt dieses wären back keine ahnung ist ja auch egal hallo was ist denn hier los okay schrift ist loslassen nicht schneller klettern das geht schon schrift ist übrigens loslassen nicht schneller klettern hupsi und let's go guck mal wenn man den weg direkt geht und nicht so faul ist dann ist das gar nicht so schlimm der unterdrücker okay jetzt habe ich schlachtermesser wartet mal äh was töte sie ich sehe nix verdammte kacke ja 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 locker du bist dran oh gott hilfe nicht jetzt noch ein hund reicht's kann ich ihn einfach fangen kann ich ihn einfach fangen aua 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 bitte fang ihn einfach ich habe jetzt kann ich kann den jetzt nicht besiegen hoch okay locker du machst das du kannst irgendwie können dir nix mit feuer du bist das feuer was ist jetzt mit den kackvögeln okay der unterdrückerer ist tot ja alles muss man selbst machen geh mal da oben hin ja töte die mal hä hä töte die ich habe angst ich will nicht noch mal sterben bitte ich treffe die nicht ja okay ich habe kurz abge okay loka du musst wieder äh hilfe ich beschäftige den einen immer während du die anderen tötest äh den anderen meine ich her ja sehr gut was will ich nur ohne 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 meine puls tun du musst jetzt also erst mal hier bleiben alles nur für das hübsche prinzesschen christler die sachen dieses person gifte kann cinema gut leiden und schaut nur dann fröhlich wenn diese zum nektar sammeln kommen weizensaat antike bauteile und jetzt nichts wie zu der sphäre also wir haben alles erreicht das hat ein bisschen gedauert aber wir haben es alles erreicht ja ich habe noch einen punkt ne es war einfach nur back boogie es war boogie 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 dann warte mal diese wölfe sind ein bisschen lästig ich meine hier sieht doch richtig krass aus oder kommt also hier ist doch also hier da ist so viel frei das ist auch gut wo ist der baum da ist der baum und hier ist sogar eine höhle wo äh runter 19 aber müssten wir schaffen müssten wir eigentlich schaffen kann ich hier einfach so eine palbox bauen terrain ist zu voll muss halt irgendwie in die mitte die höhle muss nicht unbedingt in unser gebiet rein wie schaut's aus wie habe ich bis wohin geht's ich sehe es tatsächlich nicht mal das gut da hinten ja perfekt da schließt perfekt ab hier ok ja geht schon geht schon ok also ich kann hier jetzt aber auch ja perfekt das problem hier ist jetzt wir brauchen wirklich stärkere wo was das alles kann ich nehme mal nur die starken einfach nur weil ich angst habe um die anderen ja ihr müsst jetzt ein bisschen verteidigen alles ja leute ja oh god ist das so oh god wie das läuft warte bin ich für die nicht gestorben das wollte ich nicht geh weg hallo ich kann nichts jetzt oh god oh god oh god das ist das süßeste was ich in meinem leben gesehen habe okay also was haben wir für für angestellte diesmal du kannst gar nichts du kannst noch viel weniger okay mir fehlen halt die wichtigsten sachen nämlich sowas wie bergbau holz was 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 passiert was wo ich bin doch gerade erst hergezogen Leute ich bin gerade erst hergezogen hört auf mich zu zu mobben was ist das Was seid ihr denn? Jetzt warte mal, ich will dich fangen. Hallo? Wart doch mal. Oh, äh. Leute, ich will den... Habt ihr Glück gehabt? Was kriege ich davon? Schießpulver. Okay. Ich sollte gleich mal vielleicht... ein Kistelein hier hinbauen. Einfach nur für das erste. Einfach nur kurz als... Also man kann da nicht hinbauen, weil, klar... Äh, dann müssen wir die Sachen spawnen. Die hängen sich selbst in die Luft. Keine Ahnung. Blindenmunition, aha. Salatsamen. Okay, sortieren. Mach mal so. Die Eier brauche ich halt wirklich nicht im Inventar. Jetzt haben wir wenigstens wieder ein bisschen Platz, ne, Leute? Okay, wir machen noch eine Kiste. Die packe ich extra hier hin, damit die da Sachen lagern können. Oh Gott, das war... Oh Gott, das war... Ich habe in meinem Leben noch nie sowas... Oh Gott! Oh Gott! Ist halt schon Felinara, oder? Also es ist ein Hase, das ein Felinara-Cosplay macht, oder? Also das sehe ich schon richtig. Ich glaube, es ist sinnvoll, hier noch ein Ding zu bauen. Ich glaube, es ist wirklich... Ich glaube, es ist wirklich... Oh nein. Irgendwas anderes, was Mine kann? Du bist halt sehr sinnvoll, aber du bist sehr schwach. Aber das ist mir jetzt erstmal egal. Ihr könnt Holz. Du kannst Mine, sehr gut. Ihr könnt auch Mine. Ja, und ihr könnt noch andere Sachen. Ich nehme euch einen Fudler. Ja, das passt erstmal. Der spaßt erstmal. Der spaßt. Okay. Wobei, kann das hier überhaupt? Weil es ist, glaube ich, nicht da drin, ne? Egal. Ich habe halt nur Erz gehackt. Das ist natürlich jetzt sinnvoll gewesen. Ich brauche Stein. That's the problem. Oh nein. Oh nein. Es ist so schwer, dass ich mich nicht bewegen kann. Okay. Also, ich würde hier abwerfen. Okay. Sehr gut. Essen. Sehr gut, danke. Danke. Okay. So. Oh Gott, du bist so süß. Du bist so süß. Du bist so süß. Guckst du, du bist so süß. Ja, klar. Mein Schaf und ich, wir gehen spazieren. So, flieg. Flieg, Schaf, du bist frei. Okay. Das passt erstmal. Rüstung beschädigt, kümmere ich mich noch drum. Aber erstmal muss ich hier. Also, was echt wichtig wäre, wären auf jeden Fall der Steinbruch und das Holzfäller-Camp da. Weil. ist echt wichtig, wer. Also. Okay. Dankeschön. Also, das Holzfäller-Lager. Ich packe das mal. Ja, ich packe das erstmal hier an den Rand, so. Hallo Landen, sehe ich. Okay. Steine. Kann ich ja eigentlich jetzt holen. War hier nicht noch ein Stein? Da. Und dann sollen die gleich erstmal alles sammeln. Okay. Sehr schön macht ihr das. Sehr, sehr vorbildlich. Und hier gleich daneben das. Und dann können wir die arbeiten lassen. Das heißt. Während ich eh andere Sachen mache, können die schon mal sammeln. Wenigstens. Das ist gut. Okay. Ihr macht das wundervoll. Ich bin sehr stolz auf euch. Und dann würde ich noch eine Kiste bauen. Vielleicht einfach so dazwischen. Die wird eh irgendwann abgebaut. Muss auch nicht schön aussehen. Tada. Okay. Ähm. MM. Nahrung. Futtertrog. Hier hin. 10 Betten. 10 Betten wird halt echt lustig. 10 Betten wird richtig lustig. Aber das geht schon. Betten. Erstmal irgendwo hin. Ich weiß, Veritas. Ich weiß, Veritas. Okay. Also. Ähm. Mache ich jetzt? Ich habe eh kein Bett. Also kann ich auch einfach weiterarbeiten. Ich könnte mich natürlich auch beamen. Und Sachen holen. Oh, ich könnte. Oh, das wäre voll smart. Ich könnte ein Lager komplett nur für Ressourcenabbau machen. Das heißt, also wenn wir jetzt 10 Arbeiterpals haben, dass ich wirklich dann 5 als Mine und 5 als Holzfäller-Dings mache. Und vielleicht sollte ich das hier machen. Und er hat immer wieder versorgen kommen. Naja. Okay. Hier habe ich. Wie viel habe ich noch? Ach, 3. Kann mal jemandem mit Bauen helfen? Okay. Das heißt, eins noch. Okay. Also. Du, dich würde ich wegnehmen. Kannst du bauen? Nein. Ja, wieso habe ich Tokotoko in meinem... Oh Gott. Kannst du bauen? Kann auch für Fehler als Waffe ausgerüstet werden. Explosive Eier verschießen lassen. Okay. Cool. Warum? Ne, das ist falsch. Da. Ich bin mir... Ach, das ist das Erzteil. Okay, locker. Ich brauche Licht. Danke. Ich brauche Licht. Okay. Dann. Würde ich den jetzt abbauen. Und den abbauen. Dann müsste ich aber, glaube ich, genug für die Betten haben. Also das eine Bett. Richtig. Jo. Ist alles kreuz und quer, aber irgendwie mag ich so. Das hat noch mehr was von zusammengeschustert, das Arbeitslager. So. Wie spät ist das eigentlich da? Okay, sehe ich nicht. Oh, das muss so... Ja, ne? Ja. 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 Das ist ja jetzt wirklich erst mal provisorisch. Ich hätte gern... Kann ich nicht irgendwen anders inzwischen schon reiten? Als Gleiter zu benutzen. Aha. Auch Gleiter. Sattel. Oh, ich kann doch einen Wolf reiten. Nee, danke. Eisgranate. Ich habe aber einiges jetzt freigeschalten, wo ich den gesammelt habe. Ich würde halt Melpaka gern loswerden. Ich finde, Melpaka ist das Sinnloseste gerade in meinem Team. Ich hätte halt echt gern den Sattel. Ich hätte halt echt gern den Sattel. Oh, ich kann mir den auch... Ja. Gesundheit. So, ich brauche Leder, ich brauche Fasern, ich brauche Metallbarren. Ich habe eine viel bessere Idee. Ihr macht hier euren Scheiß, ja? Ich gehe mal kurz. Ich gehe mal kurz. Okay, danke. Der Sattel... Ach nee, das war bei den anderen. Bei dem hier? Ja. Einen Metallbarren. Fasern. Okay. Ich mache mal fünf. Fünf. Das Boss, die noch so haben. Das haben wir ja gar nicht. Was hast du ja getötet? Dieser Pall hat lange nichts mehr zu essen. Warum? Okay, da hatte ich schon wieder ein Buggy. Esst halt was. Okay, Fasern 30. Palladium auch. Okay, 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 cool, cool, cool. Das ist schwierig. Ich glaube, die haben... Die kriegen keine Fasern, ne? Oh, verdammt. Ja, mein Incentral ist ein bisschen voll. Aber hey, wen interessiert es, nicht wahr? Okay. Wir sind gleich da. Hallo Leute, hallo Leute, hallo Leute. Ich laufe immer so langsam. Okay, okay, okay. Ich mache einfach den mal. Wie viel brauche ich noch? Fünf. Und vier. Entschleunigt. Richtig, das ist wichtig. Okay. Pallium. Man kann nie zu viel Pallium haben. Und dann einmal diesen Baum weg. Mache ich den auch noch, damit wir ein bisschen was haben. Ich bin halt echt nicht sicher, wo ich mein Hauptlager machen sollte. Oder ob ich überhaupt so Hauptlager mache. Oder ob ich alles als Lagerlager mache. Ach so, ja, der Barren. Upsi. Hm. Fierig. Auf jeden Fall werde ich jetzt erst mal die Nossum mitnehmen. Ich muss pipi. Ich muss pipi. Ich muss pipi. Burma. Mal so eine ehrliche Frage. Also, eine ehrliche Frage. Eine ehrliche Antwort. So, another code, ja? Würdest du lieber im Stream oder aufgenommen? Kannst du bitte mal gehen? Was machst du da? Okay, bin ich dir im Weg? Nee, du bist einfach generell gerade. Weil ich weiß zum Beispiel, Dominik sagt, Zero Escape komplett aufgenommen und nicht im Stream. Hätte er besser gefunden. So. Und ich brauche keinen. Also, es muss nicht dazu geschrieben werden. Ja, ist bei beiden toll. So, wirklich, weil, also, du guckst die Videos, du guckst den Stream und hängen. Ich bin da nicht so empfindlich. Ich bin da nicht so empfindlich. Gerade nicht. Interessiert mich nur wirklich mal. Okay, gut. Wir haben das. Das brauche ich noch unbedingt im anderen Lager. Außer alles. Ähm. Ah, so kann ich noch mehr halbieren. Okay. Ich nehme mal so mit, was ich halt so mitnehme. Kann ich schnell reisen, wenn ich zu viel Gegenstände habe? Das ist eine wichtige Frage. Kann ich. Na dann. Okay. Ach so. Es ist es. Äh. Was tut es da hinten? Hä, was macht es? Hä? Was tust du da? Du bagst, ne? Warte mal. Das ist irgendwie. Hä, warum bist du tot? Okay, gut. Ist ähnlich. Mhm, mhm, mhm. Okay, okay. Das ist halt echt schwierig. Deswegen kann ich einfach nur... Ich glaube, so Hälfte, Hälfte ist gut. Ich glaube, so Hälfte, Hälfte. Pausch, Schlamm, Luftkanone ist gleich eingebildet und Angsthase. Festungskommandant, was? Eigene F... V... T... D... F... Verteidigungs... Dunkelheit. Verteidigungs-Dimension. Verteidigungs-Dumte. Hm. Hm. Schwierig. Aber danke schön für... Also die Antwort. Dankeschön, dankeschön. Mutters Arigato und so. Ich glaube, ich brauche einen Pengulit. Einen Pengulit. Äh, Strom brauche ich noch nicht. Wir haben jetzt Gießen. Oh, meine meine meine. Der Igel kann auch nur... Gießen kann der auch. Aber der kann auch noch kühlen. Ein Depresso. Komm, Depresso. Ab in die Mine mit dir. Wir stehen jetzt nicht selbst anzufangen. Ja, das ist es halt, weil... Ich weiß halt nicht. Ich weiß halt nicht, ob wir dazukommen. Oh, das ist so schwierig. Das ist so schwierig. Wenn es halt nicht... Also es ist halt immer so schwierig. Also so... Bei sowas wie Another Code da nur zwei Stunden und dann Spiel wechseln, fände ich voll gut. Weil es dadurch weniger so anstrengend ist und so. Also dieses Nachdenken. Dieses Denken. Ist ja das komische Zeug da. Ähm... Aber an sich... Ist halt dann schwer. Was spiele ich danach? Wenn ich dann Palworld spiele... Also das ist schwierig. Da aufzuhören. Das ist halt wie Minecraft. Wenn man... Wenn man... Sowas spielt... Dann ist da nichts mit... Ja, nur mal kurz zwei Stunden. Außer es ist ein Kackspiel. Aber wenn man Spaß dran hat, dann ist das echt schwer. Braucht mehr Leder. Bist du ein Böser? Ne, ne? Okay, du bist ein Arbeiter. Naja. Das eine schließt das andere nicht aus, nicht wahr? Wer von euch ist ein Fremder? Du bist ein Fremder. Gebt ihr Leder? Okay, Woli... Woli-Pop. Let's go. Okay, ihr gebt... Knochen. Kein Leder. Schade. Woli-Kleiter. Hm, 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 hm. Oh Gott, ist das so süß. Oh Gott, ist das so süß. Okay. Hm, hm. Aber die... Ich glaube wirklich, so ein Arbeitslager wäre gar nicht so doof. Ich glaube, das Arbeitslager wird's. Ich glaube, das wird's. Oh, wir haben ihn noch gar nicht. Oh, 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 oh. Reiten! Nein, du sollst jetzt nicht arbeiten, du sollst reiten. Also ich will reiten. Jetzt komm hierher. Komm mal. Das hört einfach nicht... Ich dachte, ich sitze auf der Blume. Ich dachte, ich würde auf der Blume sitzen. Okay, das sieht komisch aus. Egal, wir ignorieren, dass das komisch aussieht, okay? Das... Passt schon. Okay, es ist kein Bock. Also ich sag mal, so ist auch also angenehmer zu steuern. So von seinen Attacken. Das testen wir doch jetzt mal. Guck mal. Und ist halt auch... Also stärker, ne? Ja, also ist stärker halt, ne? Ist halt stärker. Und ich mag es, wie sein Schwanzigänsel so wird. Aber klettern kannst du auch nicht, ne? Oh, ich bin hungrig schon wieder. Ach, da. Also zwei Lagerlager wäre echt, glaube ich, doof. Das Problem ist halt, Stein und Holz ist halt auch das Schwerste zu transportieren. Oh Gott, wie süß ist das, ein Bauch hält. Oh. Ach, schon niedlich. Ups, wollte ich nicht. Entschuldigung, ich wollte hier nur absteigen. Danke. Mitte Presse... Wo, wo, wo? Ja, ich mach den Scheiß. Hä, was hast du denn? Ich mach doch meine Arbeit. Was ist denn dein Problem? Aber absolut voller Körfereinsatz. Transportiert? Ihr transportiert doch gar nichts. Ach, ihr wartet darauf, dass was transportiert werden kann. Ach so. Und viel haben wir schon? Gut, das ist jetzt schieten, weil ich schon ein Zeug dazu getan habe. Das Problem ist, ich wollte hier halt auch Metallbarren, aber gar keine Lust, Metallbarren hier hinzustellen. Ich habe gar nicht nachfragen. Oh! Okay, let's go. Okay, wir schaffen das mit neun. Das Problem ist, du musst mit mir mitkommen. Okay, wir schaffen das. Verdammt. Komm her. Du musst mit mir mitkommen, sonst kommen die auch. Okay. Okay, okay, okay. Erstmal testen. Ihr Körperduft vor und nach der Paarung unterscheidet sich beträchtlich. Der Duft, nachdem sie einen Partner gefunden haben, wird auch der Duft der ersten Liebe genannt. Warte, also bevor es einen Partner hat, stinkt es. Das ist aber, das ist nicht effizient. Das ist ja bescheuert. Das ist ein bisschen ineffizient, oder nicht? Mach beim Reiten nicht mehr. Sollte es nicht erst gut riechen und danach halt stinken? Habe ich dich eigentlich da drin, du? Okay, wo ist das? Wo ist das? Wo ist mein? Wo ist mein Hübschi? Hübschi, bübschi? Hübschi, bübschi, 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 bübschi. Ah, hier. Okay, sag mal, sag mal, sag mal. Ja, du bist halt dezent groß. Kann als Reitje benutzt werden, wenn Bronn-Sherry im Team ist, trägt es dein Gepäck. Okay, was ist denn meine Maximallast? Ah, nicht viel. Also, na gut. Okay. Zuckerbäcker! Oh Gott! Ich will nicht mehr. Okay. Äh. Zuckerbäcker. Ähm. Ich wollte eigentlich, ich hatte die Hoffnung. Neutral. Ich glaube nicht, dass das ein gutes Kampfperl ist. Feuer ist immer gut. Schatten ist gut. Gras. Habe ich halt hier doppelt. Aber eins doppelt ist okay. Ja. Tut mir leid. Wo ist mein Dino? Jetzt haben wir auch Wasser. Jetzt haben wir die drei Grunddinger. Und noch ein bisschen was anderes. Deine Wimpern sind höchst zauberhaft. Aber du bist echt groß. Ich weiß nicht. So. Aber ich würde jetzt aufhören. Weil das ist schon fast, also... Nullur. Nullur. Wir haben... Wir haben... Einiges geschafft. Aber so gut wie gar nichts eigentlich. Wenn wir ehrlich sind. Wir haben die zwei Trocken gemacht. Ja. Ja. Wimper… Wimpern.